Jetzt seh ich, hier kommen Callas, Domingo und Pavarotti. Hallo? Haben alle Spitznamen in der Band? Stell uns doch mal die Band vor. Das ist Thompson, heute dabei, haben Bass. Sonst ist ja Flotze dabei, der ist jetzt in Kanada. Richtig, ich dachte schon, wo ist Flotze. Der macht jetzt erstmal... Flotze. Flotze. Der macht gerade einen Trip nach Kanada. Aha. Richtig schön in den Wald. Aber diese Generation macht jetzt mit dem Flugzeug, oder wie? Wenn sie einen Trip nach Kanada... Ja, ja, mit dem Flugzeug und dann ab, wirklich auf eine kleine Insel und dann... Die Angel hat er sich schon hinschicken lassen. Das klingt aber nach Pilawa. Ach, wirklich? Der hat sich in Kanada, viele haben Grundstücke gekauft. Malpred Illner auch. Grundstücke in Halifax und so, da gibt es ja hektarweise für 4 Euro die Grundstücke, damit es bewirtschaftet wird. Und Pilawa hat, ich weiß nicht, ob er es noch hat, ein großes, großes Grundstück. Flog darüber und dann mit einem Schnellboot noch 8 Stunden und dann war er da und konnte mal Baumel lassen, auch die Seele und so. Also, das ist... Das ist Thompson, heute. Thompson, dann da hinten ist Flotze. Das ist Jens. Jens, einfach Jens. Das ist Jens, die halt, ne? Ja, dann er... Das ist unser Nike, nennen wir den immer gerne. Nike, warum? Weil er Nikolas heißt und es passt ganz gut, Nike. Ja, und das da hinten ist Callas? Und das ist Katinka, genau. Katinka? Wir haben tausend Namen vor allem. Wie heißt er denn eigentlich? Rainer. Er kommt immer, wenn man ruft, oder? Okay, aber das ist die Band, mit der du immer spielst, ja? Ja, außerhalb, ja, Thompson. Oder entwickelt sich schon einer zu einer Yoko Ono und macht mal alles kaputt oder ist das noch alles harmonisch? Wir verstehen uns alle sehr gut. Ja, toll. Also, live natürlich, bei uns spielen alle live. Verschollenes Tier, das ist die Platte, die am 14. Juni erscheint. Das hier ist das Cover, das können Sie schon mal merken. Ja, und wir hören jetzt daraus den Song Tabula Rasa Käthe. Bitteschön. Ich hoffe, es regnet bald, damit die Hitze uns nicht zu Kopfen steigt. Ich will dir nicht fremd sein. Oder so weit vor, nach all der schönen Zeit. Hey, du rennst die Stufen hoch. Jetzt sei doch mal ehrlich. Willst du mich denn überhaupt noch? Ja, vorhin, als wir noch wussten, um was es ging, hätten wir doch schweigen können. Schweigen und Heime treiben. Tut mir nicht weh, so eng im Schlumpf auf den Sprung. Du machst Gentile, Lula Rasa. Komm, weck mich auf und deck mich zu. Mach Krawal und komm zu. Du machst Gentile, Lula Rasa. Wann ist es denn wirklich so kompliziert? Oder ist uns die Neugier entwischt? Gehen wir, wenn's am schönsten ist? Du willst mehr als mir weise und gefährlich sein. Ja, und ein bisschen weiß ich, was du damit meinst. Eines Tages bin ich, will ich nicht mehr auf der Flucht. Vor dem Menschen, der aus meinen Augen kommt. Ja, vorhin, als wir noch wussten, wer wir sind, hab ich mir gewünscht. Wir hätten schweigen können, schweigen. Ja, und ein bisschen weiß ich, will ich nicht mehr auf der Flucht. Du machst Gentile, Lula Rasa. Komm, weck mich auf und deck mich zu. Mach Krawal und komm zur Ruhe. Du machst Gentile, Lula Rasa. Du machst Gentile, Lula Rasa. Taul, Lula Rasa. Oh, Taul, Lula Rasa. Oh, Taul, Lula Rasa. Tau, Lula Rasa. Oh, tut mir nicht weh. So, denn im Schlag aus dir sprung. Du machst Gentile, Lula Rasa. Komm, weg mich auf und deck mich zu. Mach Krawal und komm zur Ruhe. Du machst gern toll, du la rase. Das war's für heute, wir machen eine kurze Sommerpause, ganz kurz, dieses Mal sind schon am 17. September wieder zur Stelle, schätze, dass die Bayern dann auch als Meister wieder feststehen. Kommen Sie gut durch die Zeit, danke fürs Zuschauen, bis dahin, einen schönen Sommer. Tschüss.